Alter, der hat sich nicht festgehalten. Oh mein Gott. Ja, ich bin mir ganz unten, aber egal. Und speichere ich eben ab. So. Dann gehen wir wieder zurück und gehen jetzt nach oben lang. So. Leckt mich alle. Echt, ey. Boah, es hat eine schwere Geburt, dieses Level, ne? So, was muss ich jetzt machen? Genau, ich muss auf die Plattform warten. Ja, das kann ja schon mal ein bisschen Spaß hier haben, ne? Ich kippke, ich kippke, ich kippke. Das Schlimmste an dem Level ist echt die Warterei, ne? Das ist echt zum Kotzen. Komm. So, wie ist es so richtige Mopper auf, ne? Wo ich immer nur rummeckern bin, ne? Äh, das ist kacke. Aber ist ja auch so. Das Level besteht nur aus Spinnen und Warterei. Und Lama. Das sind drei Sachen, die mir nicht gefallen. So, dankeschön. Ähm. Ne, ich glaube, ich muss von hinten, ne? Ja, genau. Lauf, Blink, lauf! Au! Lauf, Blink, lauf! Komm, ist da hoch! Wir sprechen nochmal kurz ab. Ganz, ganz, ganz schnell. So. Ich brauch die Plattform. Wo ist der? Wo ist der? Hallo? Kommst du nochmal, oder? Alter, bist du ja... Nein! Boah, okay. So. Das heißt, ich muss dann da wieder den Wandsprung machen, ne? Genau. Ah, da muss er einen kleinen... Der kleine, kleine Umweg. Uiiss! Ha! 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 Also, wie es ist, aber bei manchen wirklich einen Doppelsprung machen, muss damit es funktioniert, ne? Nose-Posch. Dann versuche ich gleich, einfach mal cool zu sein und irgendwie von oben runter zu springen und dann direkt in der Mittelpassage zu landen. Ob es glügt? Pff! Keine Ahnung! Das werden wir dann erfahren. Spätestens dann. Ich werde nicht ein wenig kaputt machen, weil es der einzige, der mir auf den Keks geht. Das machen hier, glaube ich, nirgendwo weitere Kristalle. Wenn ich nämlich die Beine habe, dann kann ich mich eigentlich zum Anfang zurück in den unteren Bereich machen, weil ich glaube, da waren ja die letzten zwei, die mir dann noch eventuell fehlen. So, okay. Here it is! Was hat funktioniert? Ich bin überrascht, ganz ehrlich. Ein bisschen. Bye, jajaj. Tau, bye, bye. Oh, mein Gott. Ich habe jetzt erstmal Sicherheit, oder? Hier hinter den Kisten. Da kommen sie nicht hin. Nee, nee. Schaffen sie nicht. Ha, ha, ha. Ich kann nochmal speichern. Mega. Ja, sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Anfang. Ich glaube, wir haben es jetzt gleich geschafft, vielleicht. Wenn, wenn es gut läuft. Moment, Moment, Moment. Ich muss mich wieder auf die Kacke hier warten. Aber ich sehe, ich bin jetzt tot. Also, ich kann den hier benutzen. Das war nur, weil ich es kann. Lass dich reinfahren. Wenn ich das Level geschafft habe, gucke ich mich nochmal ein bisschen im, äh, Spyro-Level um. Aber erst mal müssen wir das Level ja natürlich schaffen. Ähm. Dann gucke ich mich noch ein bisschen um und, äh, ja, werde das aber auch nicht mehr allzu lange machen heute. Weil, wie gesagt, ne, drei Stunden vor meinem Tag verloren heute. Ganz plan durcheinander gebracht. Tüssen! So. Und nochmal gespeichert. Sehr gut. Und jetzt einfach ab nach unten, oder wie war das, ne? Machen wir. Oho, scheiß. Okay. Ja. Ich habe gespeichert hier, ne? Unten, ne? Ha! Super. Aber alles funktioniert. Alles richtig gemacht. Da war der Vorletzte. Komm, töt ihn, töt ihn! Ach, es ist auch egal. Alter! Da haben wir auch eine Geschwindigkeit drauf, ne? Wollen wir sagen, ich explodiere den Teil auch mal, oder was ist da jetzt los? Ach, es war die Sachen. Wo man so weit, so weit weit springen kann man muss. Komm, macht der einen Ballermann da weg. Alter, da war ich schon da knapp drauf. So. Und so. Und sagen, hier. Viel Spaß damit. Ah, der hat ja wohl eine automatische Zielerfassung, ne? Unter aller Sau. Der erfasst zwar aber nicht das, was mich tötet, sondern das, was mir Edelsteine gibt. Was ich eh nicht brauche. Ne? Fuck, ich hab keinen noch. Ich hab wohl noch. Komm, weg, 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 weg. Töte es. Dankeschön! Oh mein Gott, 13 Minuten. Boah! Wahrscheinlich ohne die ganzen Tode, ne? Alter! Das war echt eine schwere Geburt. Das ist aber sehr nett von dir, du Arsch. Ne! Ne, kein Blink mehr. Komm, ich breche nochmal kurz ab. Mit Strom. So, okay. Wo müssen wir denn eigentlich schienen? Alles klar, in die andere Richtung. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? 2-2 fehlt noch. Achso, ich denk schon. Passiert ihr noch was? Geht die Tür mal zu, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Oh, das sah da oben auch ein bisschen verdächtig aus, ne? Was könnte ich da rein? Ne, nicht in die Suppe, ne? Fragen wir wieder hoch auch, oder? Oh, cool. Ich möchte bitte wieder hoch. wenn es okay ist es ist das geiler schild hey ich will wieder hoch das hat vielleicht so ja gut geiler wir müssen mal kurz schauen ich glaube hier ist boden unter mir einfach nur tot nein ein ei sehr cool du hast alle drachen 1 von 6 gefunden die spyro spyros turmini spiele sind jetzt im benutzerinterface freigeschaltet okay wir haben das erste satz das erste satz den ersten satz an eiern haben wir fertig das ist schon mal ein gutes zeichen von da kam ich kann es leider nicht noch mal aktivieren weil ich denke ich kann mir wirklich vorstellen dass da was war im aufzug dass er vielleicht irgendwie durch rennen konnte oder so die gegner sind ja auch so fett das ist glaube ich ja mach ruhig ist okay ist das einer von den großen kristall er soll nur ein kleiner 30.000 edelsteine kein kleines bauspiel ist viel stelle die man sammeln muss so was ist da unten erstmal nix schlimmes also die gegner werden hier auf jeden fall schon mal echt ein bisschen schwieriger das kann man ja noch sagen und hier werde ich jedes mal nachgucken müssen wir noch mal hochkommen okay das sieht hier aber nicht so cool aus plattform schiesel mal denken ich bin so dumm ja ich wollte die kaputt war du mir leid ich dachte der macht dann hier diesen diesen wirbeler so das war wohl mein fehler ne ich will mich jetzt hier noch ein bisschen ein bisschen weiter erkunden was mich auf jeden fall noch machen weil es sieht echt unangenehm aus wohin 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 also kann man da doch sich entlang dings schwingen das klang ganz komisch jetzt das wurde vor allem auch so klar ne ich bin mir nicht so ganz sicher ob das funktioniert oder nicht keine ahnung ja hier so gerade bei dem jetzt hier nur höh se hüseh sisisisis okay gut scheint also auf jeden fall zu funktionieren das wollen wir jetzt mal eben machen kann nicht sein Boah! Weil ich sie vorher berühre Ne? Ich bin eigentlich schon früher Also falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet Die Plattform, die Die klappen runter Ne, heute ist nicht gut Das ist wahrscheinlich einige Prozente, die wir jetzt geholt haben 90 hatten wir, glaube ich, ne? Ne, 80% hatten wir Zum Ende der letzten Aufnahme Wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es aber nicht mehr Aber von der Fähigkeit, von den Skills, die ich heute an den Tag gelegt habe, ne? Ne Ha! Ich weiß es nicht Wir haben aber auch echt wenig Zeit Wir haben ja nochmal alles ausgepackt hier in den letzten Bereichen, ne? Penner So So Dankeschön Meine Güte Weil Irgendwie klappt das nicht Ich lasse los und ergleitet weiter der Spacko Und Die zerre ich dich aus So Ja, schön So, jetzt aber, komm Nächste Plattform Achtung Achtung, Dennis Aufhören zu bleiben Oh mein Gott, die bleiben mal stehen Boah Ohne Fee Ich will da hin Das ist ein optionaler Weg gewesen, oder was? Das ist ja lustig Wenn wir das nochmal machen Fuck you, echt? Okay Oder hatte ich jetzt die Wahl Entweder du kommst weiter Oder aber Ne Viel Spaß beim nochmal machen So Schnell Schnell Dim, 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 dim Äh, wo muss ich denn dann jetzt hin? Ich glaube, dass es noch da weiter geht, oder? Naja Wir haben uns zu verlieren aus unserem Leben Davon haben wir ja unendlich So Geht doch Aha, was war denn da oben? Oh shit Okay Das finde ich jetzt verwunderlich Dass man da jetzt nicht durch kann Jeweils einer fehlt Wir haben auch noch ein bisschen was zu erkunden Das ist schon mal sehr gut Andererseits Ich habe auch noch meinen Aufzug-Joker, ne? Eee Eee Was machst du? Oh Pff Du bist ja echt schnell Oh Gespeichert Ja Griller ist tot M'kay M'kay Was passiert mit dem hier? Hoh Physik Ähm Ja Ich habe keine Ahnung Was der jetzt von mir will, ne? Oh, das ist was Grünes Oh, da liegt was Süßes Oh, und ein Ei Cool Das ist dann jetzt das letzte Ei Vielleicht In diesem Level Ich weiß nicht mehr genau Ob jetzt 2-2 oder 1-1 gefehlt hat Äh Äh Oh, ich glaube ich habe es geschafft, oder? Oh, ich weiß gar nicht wo das war Oh no Jetzt aber schnell Jetzt aber schnell Da war es glaube ich nicht Ich muss wahrscheinlich genau in die Richtung jetzt Oh cool Ich glaube ich habe es geschafft, oder? Ich will mal schnell den zweiten machen Kaffums Ah, ist das jetzt der richtige Weg? Ne, ich will nicht, dass das der richtige Weg ist Hallo? Ja, was ist hier los? Du sollst dich Ist das echt nur doof, oder? Hallo? Ey, sag mal Was, 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 was ist das Problem von Meinen Kackdrechdrachen hier? Oh, Alter Du, vergrößen Willst du doch einfach mal die Sache Kaputt machen sollst? Was ist dein Problem, ey? Der funktioniert nicht, ne? Endlich Endlich Das war aber der Weg nicht gehen muss, oder? Ich fühle mich jetzt zumindest sehr stark nach draußen Will ich noch gar nicht gehen Oh je 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 Nur Blitz Alter, war das knapp Ich mag die Geräusche, die machen Was schießt hier? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist Ich gehe nochmal zurück Wir können mich mal Denken mich, Leute Ich gehe nach Hause So Hier bin ich ja so ein bisschen durchgespurtet Ja, auch wieder 45 Sekunden Oder bleibe ich jetzt dauerhaft auf? Uiui Uiui So Du Ratte Ich habe es nicht gesehen Du blödes Arsch Lochgesicht Wo ist das hier? Okay Gut Den Schalter lassen wir erstmal Schalter sein Dann lassen wir das erstmal wirklich komplett außen vor Ich würde aber Nichtsdestotrotz Gerne einmal zum Ei kommen Bombs Okay, ja gut Ist aber Okay Es ist glaube ich wirklich super einfach Da hinzukommen So habe ich jetzt noch ein Ei Äh, noch ein Satz F Gefühlt Und Du hast alle drei Eier von Satz 5 Von die Satz und Börmündigspiele sind jetzt im Benutzerinterface verfügbar Sehr geil Schon zwei Sachen freigeschaltet Was ist passiert? Okay, da war gerade einmal kurz das Bild bei mir weg Ich glaube bei euch war alles cool Bergmannsfall Entschuldigung Ich kam total unverhofft, tut mir leid Ach, so, okay Gut, aber ich finde, hier ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt Geh nochmal kurz zurück Um hier einmal Zu scharpeichern Ui, ui, ui Müssen wir noch einmal kurz zurück zur Fee Aber, ach, warum zur Fee? Wir haben auch hier die Möglichkeit zu speichern Muss schon wieder niesen Oh, Entschuldigung Ach, brrrr So, was haben wir denn? 86% haben wir Ähm 6% haben wir heute geholt 2 komplette Sätze haben wir schon 3 sind kurz davor beendet zu werden Und bei einer anderen viel noch ein bisschen mehr Gut, aber waren im Großen und Ganzen Gut, waren jetzt anderthalb Stunden 6% Nicht so gut Aber ich glaube von den anderthalb Stunden war locker eine halbe Stunde Das Blink-Scheiß-Teil Am Endeffekt ist für uns nur noch 11 Eier 13 Lichtedelsteine und 4 Kristalle Das heißt, es dauert nicht mehr lange Mit langsamen, also mit kleinen Schritten Ne Äh, gehen wir Richtung Ende zu Da werden auch noch ein paar Aufnahmen mehr, da bin ich mir sicher Weil ich schätze, für das Backtracking brauche ich wahrscheinlich schon mindestens 2 Aufnahmen Bis ich alles gefunden habe Äh, plus halt jetzt nochmal wahrscheinlich eine Aufnahme Um überhaupt bis zu dem Backtracking zu kommen Also von daher, ihr habt doch genug von dem Spiel, wenn euch das gefällt Wenn nicht, habt ihr halt Pech gehabt Gut, ich hoffe trotzdem, das hat euch gefallen Ähm, ja Danke fürs Zuschauen und Ja, bis zum nächsten Mal dann, ne Schönen, schönen Samstag noch Tschö, tschö Tschö, tschö !